Klingel Hey, Lobashob oder? Ja, die fliegen. Die fliegen. Die fliegen. Dreck ich habe vor uns Lobashob gesehen. Ja die items fliegen auch. Ja hab ich doch gerade gesagt. Wo gehen die Sachen hin ist die Frage. Entweder hier oder hier oben kam die Schockwelle her. Ja von oben glaube ich. Ja ich höre die rüber auf mir. Ja über uns. Rauf oder nicht rauf? Das ist jetzt die Frage. Also Wombard wenn du da pusht komm nicht von hinten. Wir werden jetzt die planieren. Ja die ballern mich gerade ziemlich gut weg. Wird schon ein Shieldbreak. Exer du bist. Exer ist alleine oben aber ich komm jetzt auch hoch. Naja das pusht mich. Zwei Shieldbreak. Lattmann kommt oben. Knocked. Ist das jetzt ganz nice wer. Bisschen Shieldheilung. Globarnocked. Die kommen uns schweinend an. Ja hab's auch gesehen. Der kommt hoch viel Spaß. Die wird nicht ernsthaft gerade hoch geholt oder? No. Kommt der ist wieder lockt. Kommt runter. Kino zieh durch. Komm Kino kommt. Ist der letzte. Das war aber kein Shield ne. Lager Hexa hilft Kino schnell. Und. Ne das geht auch nicht. Weg hier Hexa. Bei mir fighten die hier ne. Gegner gesicht. Weg da weg. Weg da weg. Weg da weg. Weg da weg. Lade nach. Brady. Der dort ist das Wort. Ne. Der war grundsätzlichgerät muss. Fight auch oder was? Fight auch oder was? Fight auch oder was? Nein, die falten mit dem R1. Oh mein Gott. Noch einer noch? Hinter uns. Hinter uns jetzt. Ja, die sind low. Ich muss nicht. Ich bin aber am Looten. Ich habe gold. Ja, die sind ja noch. Dürfen mich noch nicht fehlen. Wenn ich weiter ab werde ich ausblüten hier. Die müssen weg. haben die dich? nahm rein ja jetzt wird die sterben ne Hexer essen ja das ist ja nicht gerottet so far oh weia nein du musst nur die kämpfen oh die wird sowas von geknippt alter ich durfte nicht heilen oh mein gott jeno ihr seid die Apex Champions erste runde ne und Hexer essen und Hexer essen die das